Politik ohne Jugend Jugend ohne Politik? Das geht gar nicht. Wir wollen auch mitgestalten. Schliesslich ist es unsere Zukunft. Ja gut, den Wunsch nehmen wir natürlich sehr gerne auf. Wir haben auch einen besonderen Anlass. Das Wetziger Parlament wird fünfjährig. Und darum möchten wir eigentlich Politik auch erlebbar machen. Wir verlegen unsere Parlamentssitzung dahin, an der Kantonsschule Wetzigen. Und zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der KZO, der SEC und der Berufsschule möchten wir die Parlamentssitzung gestalten. Die findet statt am Montag, am 11. März, abends um 6 Uhr. In der Veranstaltung werden neben dem Parlament und dem Stadtrat auch wir zu Wort kommen. Kommt also auch ihr. Alle sind herzlich willkommen. Die Parlamentssitzung an der KZO ist öffentlich. Das Parlament und der Stadtrat freuen sich sehr auf diesen Anlass. Die politische Bildung ist uns wichtig. Erleben Sie hautnah mit, am 11. März, hier in der Kantonsschule Wetzigen, was nach der Parlamentssitzung alles abgeht. Herzlich willkommen. Die Spiele Untertitelung des ZDF, 2020